Die Top 5 Küchenorganizer Aufbewahrungsschränke, Bewertung und Empfehlungen Ich habe den Metalltex 364.295 Schrankensatz gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Der Schrankensatz ist aus hochwertigem Material hergestellt und passt perfekt in meine Küchenschränke. Mit den zwei Etagen und den Maßen von 25 x 25 x 19 cm bietet er ausreichend Platz für meine Küchenutensilien und sorgt für Ordnung im Schrank. Das weiße Design ist zeitlos und passt zu jedem Küchenstil. Ich empfehle den Metalltex Schrankensatz jedem, der seine Küchenschränke ordentlich und organisiert halten möchte. Ich war auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für meine unordentliche Küche, als ich dieses Produkt entdeckt habe. Ich kann es kaum glauben, wie viel Platz es mir bietet, um die Dinge in meiner Küche sauber und organisiert zu halten. Die Qualität des Materials ist hervorragend und es ist auch sehr einfach zu montieren. Die große und kleine Behälter passen perfekt in meinen Schrank und bieten genügend Stauraum für alle meine Vorräte. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Produkt und empfehle es jedem, der seine Küche sauber und ordentlich halten möchte. Ich bin wirklich beeindruckt von dem Mastertop Pfannenhalter. Es ist so praktisch, um all meine Pfannen und Topfdeckel zu organisieren. Die acht verstellbaren Fächer machen es wirklich einfach, unterschiedliche Größen unterzubringen und es sieht auch noch ordentlich aus. Das mitgelieferte doppelseitige Reinigungstuch ist auch ein netter Bonus. Alles in allem kann ich dieses Produkt jedem empfehlen, der eine einfache Lösung für die Aufbewahrung von Pfannen und Topfdeckeln benötigt. Ich habe das Holde-2-Etagen-Regal für unter dem Waschbecken in meiner Küche gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Es ist sehr einfach zu installieren und bietet viel zusätzlichen Stauraum in meiner kleinen Küche. Ich finde besonders toll, dass es auch ein Gewürzregal und Haken hat, um Utensilien aufzuhängen. Die Arbeitsfläche oben ist auch sehr praktisch. Die Konstruktion ist stabil und robust und das Design ist modern und ansprechend. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn Sie zusätzlichen Platz in Ihrer Küche benötigen. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ziziliner Küchenschrank-Organizer. Er ist sehr praktisch und platzsparend. Ich kann meine Putzmittel und andere Dinge sehr gut darin verstauen. Er hat auch vier Haken, auf denen ich meine Handtücher aufhängen kann. Das Beste daran ist, dass er aus Edelstahl ist, was sehr langlebig ist und auch sehr gut aussieht. Die schwarze Farbe gibt meiner Küche einen eleganten Touch. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Kauf und ich würde es jedem empfehlen, der eine gute Organisation in seiner Küche oder seinem Badezimmer sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.